Verfügst du über eine besonders feine Wahrnehmung, bist du schnell durch Umweltreize überfordert und darüber hinaus auch emotional eher empfindlich? Wenn ja, dann bist du vielleicht hochsensibel. Oder du bist einfach nur sehr neurotisch und doch nicht hochsensibel? Gibt es Hochsensibilität überhaupt? Was sagt die Forschung zu dem Phänomen und warum ist es so beliebt geworden, sich als einen hochsensiblen Menschen zu beschreiben? All diese Punkte klären wir in diesem Video. Mein Name ist Tobi und damit herzlich willkommen auf Mindset. Kein Wissenschaftler würde bestreiten, dass einige Menschen einen besseren Blick für Details haben als andere. Dass Personen unterschiedlich empfindlich sind, ist ebenfalls offensichtlich, etwa in Bezug auf ihre Schmerzwahrnehmung oder darauf, wie sie auf eine kränkende Bemerkung ihres Partners reagieren. Und jeder von uns kennt sowohl Menschen, die weniger belastbar sind und öfter mal eine Auszeit benötigen, als auch solche, die über schier unerschöpfliche Energiereserven zu verfügen scheinen. In Zeitungsartikeln und Blogposts liest man immer wieder Beschreibungen hochsensibler Menschen. Die Betroffenen fühlen sich von der Gesellschaft oft überfordert, mit Stress- oder negativen Lebensereignissen kommen sie nur schwer zurecht, weshalb sie sich auch öfter an ruhige Orte zurückziehen. Einige Autoren vermuten sogar, dass besonders empfindsame Personen auch überdurchschnittlich oft krank und empfänglich für psychische und psychosomatische Beschwerden seien. Andererseits schlummere eine Fülle verborgener Talente in ihnen, etwa die ausgeprägte Kreativität und eine feine Wahrnehmung für Schönheit. Und genau hier beginnt die Problematik, denn häufig werden sehr positive Annahmen getroffen, die so nicht oder nur sehr wenig belegt sind. So zum Beispiel, wenn es um die Intelligenz geht. Der Eindruck, Hochsensible seien gleichzeitig auch immer hochbegabt, würden also über eine außergewöhnliche Intelligenz verfügen, ist falsch. Natürlich gibt es einige Menschen, die beide Eigenschaften aufweisen, nach aktuellem Stand der Forschung sind aber nur etwa 2% der Bevölkerung hochbegabt, haben also ein Intelligenzquotienten von 130 und höher, während sich rund 20% der Menschen als ziemlich oder extrem sensibel bezeichnen. Das Missverständnis könnte unter anderem dadurch entstanden sein, dass Ratgeberbücher Hochsensiblen häufig eine besondere Begabung zuschreiben, die faktisch nicht immer gegeben ist. Betrachten wir Hochsensibilität zunächst aus einer biologischen Perspektive. Bei vielen Tieren wurde beobachtet, dass stets ein Teil der Population besonders gut darin ist, Veränderungen in der Umgebung zu bemerken und flexibel darauf zu reagieren. Dies sind die hochsensiblen Individuen. Die Mehrheit der Artgenossen folgt dagegen lieber einem starren Verhaltensmuster, selbst wenn sich die Umwelt ändert. Dieser genetisch bedingte Unterschied im Verhalten findet sich in der Tat etwa bei Barschen, Zebrafinken, Mäusen und Schweinen. Doch entspricht es der Hochsensibilität beim Menschen? Hochsensible Menschen nehmen aufgrund ihrer neurologischen Disposition Reize intensiver wahr und verarbeiten diese möglicherweise auch anders. Diese Bereitschaft auf Reize zu reagieren ist bei ihnen stärker ausgeprägt als bei der Durchschnittsbevölkerung. Hochsensibilität soll laut einigen Experten bei etwa 15-20% der Bevölkerung auftreten. Anderen Schätzungen zufolge sind es jedoch nur 1-3%. Wie man sehen kann, ist sich die Forschung uneinig, ob und in welchem Ausmaß eine Hochsensibilität überhaupt existiert. In der Neurologie zum Beispiel wurde Hochsensibilität als nicht klar abgegrenztes Konstrukt und sogar als überflüssiges Störungskonzept bewertet, weil die zentralen Merkmale Reizüberflutung und Überstimulation viel mit dem bei Erschöpfungszuständen verwendeten Begriff des Burnouts gemeinsam hätten. Ferner wird kritisiert, Hochsensibilität sei schwierig von affektiven Störungen abzugrenzen. Einige Forscher sehen in dem Merkmal unterschiedliche Eigenschaften vermengt und betrachten es eher als Spielart von Neurotizismus und Ängstlichkeit. Christina Blauch und Josef Egger von der Medizinischen Universität Gras kamen in einer Veröffentlichung im Jahr 2014 sogar zu dem Schluss, dass es sich bei extremer Feinfühligkeit in erster Linie um ein psychologisches und erst in zweiter Linie um ein physiologisches Phänomen handeln könnte. Sie stellten überraschenderweise fest, dass Probanden, die sich selbst als hochsensibel einschätzen, weder ihren Herzschlag präziser wahrnehmen konnten als andere, noch auf akuten Stress körperlich stärker reagierten. Dagegen konnte das Ausmaß an Ängstlichkeit, also die Neigungssituation als bedrohlich zu empfinden, in dieser Untersuchung Hochsensibilität am besten erklären. Niemand möchte gerne neurotisch sein, hochsensibel dagegen klingt positiver und das Wissen mit diesen Besonderheiten nicht alleine zu sein, dürfte dazu beigetragen haben, dass sich viele Menschen dieses Merkmal zu eigen gemacht haben. Unsere Umwelt ist komplexer geworden. Dass sich so viele mit Hochsensibilität identifizieren, kann ein Ausdruck ihrer Überforderung sein. Dies hat den Nachteil, dass diese Menschen leichter reizüberflutet sind und häufiger Phasen benötigen, in denen sie sich zurückziehen können, um diese Eindrücke zu verarbeiten. Ein typisches Beispiel dafür wäre der Einkauf im Supermarkt. Diese Menschen nehmen nicht nur anwesende Personen und die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Produkte wahr, sondern auch die musikalische Untermalung und die Werbeunterbrechungen. Dazu kommen gefühlt Millionen Farben und Lichter, Kindergeschrei und das Raunen anderer Personen. Dann kann ein Einkauf schnell zur Tortur werden. Auf der anderen Seite führt das intensivere Erleben und die gründliche Reflexion häufig zu einer größeren Vorsicht oder auch Umsicht und auch kleine Dinge, wie zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur, können für den Betroffenen ausgesprochen beruhigend sein. Die Tendenz, sehr sensitiv und empfindlich zu reagieren, wird in der Persönlichkeitsforschung üblicherweise als der Neurotizismuswert beschrieben. Dabei handelt es sich um eine Dimension der Big Five, also jener fünf Merkmale, die einem verbreiteten und gut untersuchten Modell zufolge die wesentlichen Charakterzüge einer Person erfassen. Personen mit höherem Neurotizismuswerten werden oft als emotional weniger stabil bezeichnet. Sie sind tendenziell eher ängstlich, nervös und unsicher und sie können weniger gut mit Stress umgehen als andere. Jens Asendorf, ein Persönlichkeitsforscher, sieht in der Hochsensibilität eine Unterklasse vom Neurotizismus. Einige Menschen, die über eine geringere emotionale Stabilität verfügen, sind auch in Bezug auf bestimmte Sinneswahrnehmungen besonders empfindsam. Und die könnte man als hochsensibel bezeichnen, so der Persönlichkeitsforscher. Andere Forscher kritisieren diese Einschätzung. Hochsensibilität auf Neurotizismus zu reduzieren, werde dem Phänomen nicht gerecht. Es gäbe auch sehr feinfühlige Menschen, die gleichzeitig emotional besonders stabil seien. In ersten neurowissenschaftlichen Studien fanden sich unterschiedliche Muster der Hirnaktivität bei Hoch- und Normalsensiblen, doch die Aussagekraft der Befunde ist umstritten. Bislang existiert noch keine anerkannte neurophysiologische Theorie, welche die Ursache der Hochsensibilität beschreibt. Es wird aber eine genetisch bedingte spezielle Konstitution der reizverarbeitenden neuronalen Systeme angenommen. Darauf deuten insbesondere Ergebnisse aus Zwillingsstudien hin, bei denen sich eine signifikante familiäre Häufung zeigte. Darüber hinaus konnte die Forschung einen Zusammenhang zwischen bestimmten Aspekten von Kreativität und Hochsensibilität finden. Hochsensibilität korreliert zwar nicht mit der Fähigkeit zu divergentem Denken, aber auf einem mittleren Niveau mit einer Verhaltenstendenz zu kreativen Ideenfindung und mit kreativen Erfolgen. Interessanterweise fand man auch heraus, dass bei Männern die relative Chance für die Entwicklung einer psychischen Störung zwölfmal höher ist, wenn sie als hochsensibel gelten, für Frauen ist sie um das 8,5-fache erhöht. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ihr vom Konstrukt der Hochsensibilität haltet. Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare. Ich persönlich glaube definitiv, dass es Menschen gibt, die im Vergleich zu anderen Personen deutlich sensibler sind und mehr Ruhe benötigen. Problematisch wird es meiner Meinung nach dann, wenn man versucht, Hochsensibilität als eine einzigartige und sehr wertvolle Begabung zu verkaufen. Die Abgrenzung zu deutlich besser etablierten Theorien, für die es auch überzeugende Belege gibt, ist mir ebenfalls nicht stark genug. Was ich mit dem heutigen Video aufzeigen wollte, war, dass viele der im Alltag verwendeten psychologischen Konstrukte gar nicht so stark untersucht und gefestigt sind, wie man das vielleicht annehmen würde. Viele Theorien werden sehr stark aufgebauscht, um nicht nur damit Geld zu verdienen, sondern auch um bei Menschen sehr gut anzukommen und ihnen das sagen zu können, was sie gerne hören würden. Das kann großen Schaden anrichten. Ein Blick in die Literatur entkräftig, aber häufig überzeugend klingende Aussagen so mancher Gurus. Deshalb hoffe ich, dass ihr nun etwas vorsichtiger seid, wenn es darum geht, euch selbst anhand dieser relativ schwammigen Theorien einzuschätzen, sondern vielleicht auch eigenhändig mal in die Literatur schaut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ein großes Dankeschön an meine Patreon-Unterstützer und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.